Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe gerade die Frau meines besten Freundes mit einem anderen Mann gesehen Sie müssen es ihm sagen, Ehrensache untermännern Hey, hallo, früher wurden Boten für sowas geköpft Wenn Sie das Ihrem besten Freund vorenthalten, treiben Sie es quasi auch mit ihr Geh einfach zu ihm hin und sag es ihm Die Sache ist die, das sind die Fakten, Alter Komm her Na los, jetzt lass dich schon drücken Warum umarmt sich der Mann selbst? Geh einfach weiter Nick, ich muss dir was sagen Ich habe zu tun Ich habe jetzt keine Zeit Okay Wieso reden Sie nicht mit ihr? Ich habe dich gestern gesehen mit so einem Loser in einem beschissenen T-Shirt Denkst du jetzt, ich will irgendwas von Zip? Zip? Du hast hier einen Kerl gefunden, der Zip heißt? Zip? Wer tauft denn sein Kind Zip? Zip? Nick ist mein bester Freund, ich kann es ihm doch nicht verheimlichen Hey, Ronnie, wo bist du? Ich, ich mache gerade so, äh, so, ver-verschiedenes, weißt du? Scheiße Ronnie Ronnie, was ist denn mit dir passiert? Ach, kleine Kneipenschlägerei Kneipenschlägerei? Hast du die Show gelassen? Hey! Ja Ich war in so einem Laden, der Zip heißt Zips, Bar und Grill Da hängen nur Lügner und miese Typen rum Abschaum eben Sowas kann mir eher ruinieren Ich versuche das hier wieder hinzukriegen Nein, Ronnie, du machst nur noch mehr kaputt Oh Gott Zip, nein, nein, ich schieße nicht Ich stehe auf deiner Treppe Dafür wanderst du ins Gefängnis Nicht, wenn du in der Wohnung bist Hab ich gegoogelt Komm rein In die Wohnung Lasst uns anstoßen auf Bert und Sue 40 Jahre Wow Und was euch diese 40 Jahre zusammengehalten hat Ist nämlich an Vor allem Ehrlichkeit Und Liebe Aber vor, vor, vor allem doch, äh, Ehrlichkeit Und gemeinsame Interessen Wer bist du? Ich bin Cousine Betty Ersten Grades? Zweiten Okay, Cousine Betty Du bist deine Cousine zweiten Grades Und damit keine richtige Verwandte Mit so einer Cousine kann man nämlich Sex haben Und trotzdem normale Kinder kriegen Dickste Freunde Also nochmal, worauf es ankommt, ist Ehrlichkeit Die Wahrheit holt einen immer ein Habe ich recht? Demnächst im Kino